Jule Brand, großes Finale am Samstag, was man die Anspannung bei Ihnen gesehen hat? Ja, ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich sehr gelassen noch. Es wird natürlich Tag zu Tag mehr. Also es ist was Besonderes. Vorfreude kommt sicherlich auf, wird immer größer. Natürlich ist es auch ein Stück weit was Neues. Ich meine jetzt so, dass wir in der Masse jetzt hier waren, kam jetzt bei mir in den letzten vier, fünf Jahren auch noch nicht vor. Da merkt man schon, dass es was Großes ist. Die Rahmenbedingungen sind sensationell für Samstag. Ich meine, in einem tollen Stadion gegen einen riesigen Gegner. Ja, alles gut soweit. Um den Fokus zu wahren, wie gehen Sie eigentlich mit Ticket-Anfragen aus der Familie? Irgendwie seid Leute, die Jungs und Mädels, nervt mich nicht? Oder muss man sowas nebenbei auch noch machen? Ja, es bleibt leider an einem hängen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, alles relativ schnell zu klären, sodass es diese Woche kein Thema mehr ist. Ja, in Madrid ist das der größtmöglichste Gegner, den man im Champions-League-Finale bekommen kann? Und was zeichnet diese Mannschaft aus? Ja, also klar, mit der Geschichte, die Real hat, gerade mit den vielen Titeln, die sie geholt hat. Ja, ich hätte jetzt gesagt, City wäre auch noch ein sehr, sehr großer Gegner gewesen. Über große Gegner eigentlich im Champions-League-Finale zu reden, ist eigentlich jetzt schon fast wieder schwierig, weil es eigentlich im Grunde genommen alles große Mannschaften sind. Aber letzten Endes haben wir es geschafft, jetzt ins Finale zu kommen, Real ist der Gegner. Und wie ich schon gesagt habe, wir werden da sicherlich nicht Favorit sein. Das ist, glaube ich, klar. Und trotz alledem weiß jeder, dass er diese Chance am Samstag nutzen möchte, weil es so häufig dann in einem Leben eines Fußballers dann doch nicht vorkommt, außer man spielt bei dem jeweiligen Verein. Dann hat man wahrscheinlich doch zwei, drei Finale als mehr. Was zeichnet die Mannschaft aus? Das ist ja eine andere Art Fußball in den letzten Jahren als vielleicht über die Jahre vorher. Unsere Mannschaft? Nein, die Gegner, Real? Ja, was natürlich extrem ist, ist natürlich einfach ein Stück weit die Gelassenheit, die sie haben. Dass sie, egal in welcher Phase sie mal passiv wirken, natürlich immer wieder in der Lage sind, Tore zu schießen, eine Mannschaft komplett aus dem Gleichgewicht zu holen. Ich finde, das Spiel gegen City hat auch gezeigt, dass sie auch was anderes können als nur attackieren oder Tore schießen, sondern auch gut verteidigen, auch aushalten können, auch mal leiden können. Sie haben einfach viele Facetten und das macht sie auch teilweise so unberechenbar. Und trotz alledem hat man auch in dieser Champions League-Saison gemerkt, auch sie haben Tore kassiert. Und ich glaube, dass auch wir diese Saison eine außergewöhnliche Champions League-Saison spielen. Und dementsprechend, wie ich schon gesagt habe, ist die Favoritenrolle ganz klar verteilt. Aber im Finale ist dennoch alles möglich. Hat man das Gefühl, dass der Gals-Saison-Fieler ein bisschen richtig Spaß daran gefunden hat, diese Außenseiterrolle zu haben, um die vermeintlich größere ein bisschen zu kitzeln oder sogar zu brechen wie PSG? Ist das was, was im Finale auch ein bisschen Koffreude auslöst, gerade in dieser Konzentration? Ja gut, also die Favoritenrolle, das suchen wir uns ja nicht aus, das ist einfach so. Ich glaube, wenn man gegen PSG und die ganzen Mannschaften spielt, dann muss man das einfach anerkennen, dass man da ein bisschen in der Underdog-Rolle ist. Aber wir haben es angenommen, also das ist das, was du machen kannst und machen solltest. Ich glaube, dass es natürlich auch in einer gewissen Art und Weise gut tun kann, weil auf Real wird sicherlich in den nächsten Tagen auch ein gewisser Druck, wenn man sagen kann, lassen. Weil jeder wird vermutlich oder viele werden davon ausgehen, dass sie es am Ende packen müssen. Und ich finde, bei uns ist es einfach wichtig, dass wir uns gar nicht so viel Kopf über die Situation machen, auf wen wir jetzt treffen, sondern einfach hinfahren und genau das machen, was wir in Paris schon gezeigt haben. Dass wir zu Hause gegen Atletico gezeigt haben, nämlich dass wir, wenn wir einen guten Tag erwischen, unsere Aufgaben machen, dass wir auch in der Lage sind, viele Mannschaften zu schlagen. Und wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, die Mannschaft, die ist Gott sei Dank gesund. Die Vorfreude ist groß, der Wille ist vor allem groß und wir haben uns jetzt, wir haben jetzt eineinhalb Wochen bislang gut gearbeitet, haben jetzt noch drei, vier Tage vor uns und geben am Samstag dann alles. Jule, du hast es gerade schon angesprochen, man steht in einer Fußballer Karriere vermutlich nicht so häufig im Champions League Finale. Wie sieht bei dir persönlich die Nacht davor aus? Wie kannst du runterkommen? Wie kannst du relaxen? Ich hatte so eine Nacht ja noch nicht, deswegen ist es schwer zu sagen. Aber grundsätzlich glaube ich, ich habe jetzt keine großen Schlafprobleme. Also ich werde jetzt nicht die ganze Nacht wach sein oder mir jetzt mögliche Szenarien am nächsten Tag durch den Kopf gehen lassen, was alles passieren könnte und sonstigen Kram. Ich weiß nicht, ich versuche es eigentlich so klein wie möglich zu halten. Ich schlafe halt im Hotel in London und spiele halt am nächsten Tag ein Fußballspiel. Und so halte ich es halt, dass das natürlich nicht so einfach ist. Gerade auch wenn du viele zugereiste Dortmunder siehst, wenn von mir zehn, 15 Leute da sind, die sich das Spiel dann angucken, dann ist das natürlich etwas Besonderes. Das kann man sich auch nicht wegreden. Aber ich finde es sehr gut, wie gesagt, wie der Verein das gemacht hat. Wir fahren am Freitag los, so wie wir es bei jedem Champions-League-Spiel diese Saison und in den letzten Jahren gemacht haben. Wir trainieren im Wembley, wir haben am nächsten Tag anschwitzen. Also das ist im Grunde genommen alles dasselbe. Und wenn du so eine Struktur einfach hast, dann fällt es mir auch nicht schwer, das ganz normal zu handhaben, wie immer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere wahrscheinlich erst eine Stunde später einschläft. Was auch normal ist. Hast du das Gefühl im Vergleich, wenn man noch den P30-Spieler der vergangenen Saison gesehen hat, dieses negative Ergebnis, dass die Mannschaft jetzt in der Lage ist, mit so einer Drucksituation anders oder besser umzugehen? Ja, es ist natürlich, die Voraussetzungen sind nochmal ein bisschen anders. Ich meine, da steht natürlich mehr oder weniger die beste Mannschaft der Welt am Ende dir gegenüber. Aber was ich viel wichtiger finde oder woraus wir, finde ich, viel mehr gelernt haben, als jetzt das Spiel an sich oder die Chance an sich ist jetzt, wie wir die Woche angehen. So und ich muss schon sagen, wir haben letztes Jahr, hatten wir das Spiel in Augsburg, wir haben gewonnen und hatten dann eine Woche Zeit bis zum Spiel gegen Mainz und wussten, Spielgewinnen sind wir Deutscher Meister. Und die Themen, über die man dann redet in der Woche, wie man danach lebt, und wie man sich natürlich auch auf eventuelle Sachen freut, die nach einem Sieg, den du noch nicht errungen hast, wenn man sich darauf freut, dann das ist dieses Jahr einfach anders so. Wir sind wirklich, es geht nicht um irgendwelche Eventualitäten, sondern es geht wirklich nur um, heute ist Training, morgen ist Training, alles klar, Freitag früh fliegen wir los. Und es geht nicht darum, was wäre im Falle, wenn oder im Falle, wenn wir jetzt verlieren, sondern der Fokus ist einfach viel, viel zielgerichteter auf einfach nur aufs Spiel. Und da haben wir daraus gelernt, da sind wir sicherlich auch ein Stück weit erwachsener geworden. Und das wird uns gut tun. Würdest du einen Elfmeter schießen nehmen? Ja, ich schieße immer Elfmeter, wer auch immer das von mir möchte. Ich habe damit kein Problem. Ihr habt ja jetzt das wahrscheinlich auch schon ein bisschen verfolgt, ich bin jetzt nicht der Elfmeterschütze Nummer eins hier im Verein, aber ich habe mich vor Elfmeterschießen nie gedrückt. Aber es kam beim BVB jetzt auch noch nicht so häufig vor, tatsächlich. Wir haben es besprochen, ja. Also ich müsste es jetzt für mich nicht trainieren, sondern ich finde es schwierig Elfmeter zu trainieren. Also ich glaube dem einen oder anderen tut es gut, sicherlich. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ich halte es so einfach wie möglich. Eigentlich gehe ich nur hin und schieße ihn rein. Also ich trainiere es nicht so viel. Aber das klappt immer. Also deswegen alles gut bislang. Auch wenn es am Samstag auch klappt. Ja, das ist nicht das Ziel Nummer eins. Aber ja klar, es kann alles passieren. Wie gut tut Ihnen so eine zweiwöchige Pause? Also ist das gut für die Frische, für Ihre persönliche? Oder sagen Sie, so ein Rhythmus wäre eigentlich schon besser gewesen? Oder ist das jetzt nicht wirklich egal? Ich finde es nicht schlimm. Mir wäre es jetzt lieber gewesen natürlich, dass es vielleicht eine Woche später ist. Weil ja, es wäre natürlich dann, für Real war es jetzt ja so, die hatten ja Ligaspiel, Ligaspiel jetzt am Wochenende. Und dann jetzt das Spiel gegen uns. Wie gesagt, es macht jetzt für mich keinen Unterschied. Aber hätte ich es mir aussuchen können, hätte ich es wahrscheinlich eine Woche früher gemacht. Aber das ist jetzt ohne Wertung. Aber dann hätte ich immer so. Ich bin schon wieder da mal richtig. Ich will das für uns auch noch einmal sehen. Ich will auch noch mal sehen. Ich würde mir auch gerne mal sehen. Und dann, mir mal sehen wir. Ich bin ja auch immer da, die im Leben, nos Здrafine Fund. Ich bin ja noch mal sehr, aber dacht. Wir schauen uns mal da.